Hm, irgendwas ist anders an mir. Kleiner Tipp, die Schuhe sind es nicht. Dass ich jetzt diesen Gürtel tragen darf, hat für mich gleich in mehrererlei Hinsichten eine ziemlich große Bedeutung, nämlich Nummero 1. Ich habe im Oktober diesen Gürtel bereits einmal versucht und bin, wie ich auch in diesem Video darüber gesprochen habe, daran gescheitert. Das sage ich ohne Groll, es war gut, auf die Weise konnte ich mich noch mal eine Runde länger vorbereiten. Und jetzt ist aber aus der ganzen Geschichte ein Erfolg geworden. Und im heutigen Video mag ich mit dir über die Prüfung, über den weiteren Weg und über die Erkenntnisse, die ich aus all dem ziehen konnte, sprechen. Also gleich vorweg, ich finde es mit meinen jetzt 34 Jahren total spannend. Ich war weder bei meinem Führerschein noch bei allen Prüfungen, die ich für irgendwelche Abschlüsse, wo es um richtig Kohle ging, gehabt habe, so nervös, wie ich bei den Prüfungen für Karate bin. Also ist echt spannend. Ich dachte eigentlich, ich wäre über das Thema Prüfungsstress raus. Ich kenne einige Techniken, um damit gut arbeiten zu können, aber Himmel muss ich damit gut arbeiten, dass es klappt. Und was ich merke, woran ich auch arbeiten darf, denn das hat alles ein bisschen überschattet, war tatsächlich das Thema Kardio und mentales Bewusstsein. Das hat erstmal scheinbar nichts mit Karate zu tun, aber ich behaupte, dass ich ein paar Punkte dadurch verschenkt habe, einfach weil mir zwischendrin nicht unbedingt die Puste ausging, weil die Konzentration zurückging. Das ist natürlich ein Geschenk, wenn man auf sowas kommt, weil dann kann man daraufhin auch sein eigenes Training nochmal ein bisschen optimieren. Da Prüfungen in jeder Zielrichtung anders ablaufen, blende ich einfach hier an der Seite immer den Part aus der Prüfungsordnung ein, über den ich währenddessen spreche. Ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere wird sagen, oh, das ist mehr als bei uns. Der eine oder andere wird sagen, boah, das ist ja richtig einfach im Vergleich zu uns. Aber hier geht es ja jetzt gar nicht um Wertung und Vergleich, sondern hier geht es einfach darum, dass ich den Weg erzähle, den ich hier gegangen bin und was man daraus lernen kann. Ich habe tatsächlich gemerkt, immer, wenn ich mich privat mit Leuten zum Trainieren getroffen habe, dann wollten die Leute entweder Kater üben oder wollten das Thema Freikampf, Komitee und Kombinationen einüben. Was mich irgendwie nie einer gefragt hat, war, lass doch mal ein bisschen Grundtechniken üben. Demnächst bin ich derjenige, der das fragt, weil das war punktemäßig mein schwächster Bereich. Wir mussten nicht exakt die Techniken, die hier an der Seite eingeblendet sind, vorzeigen. Das wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn man exakt den Katalog hat, sondern für die Prüfer ist das bei uns einfach eine Richtungsangabe. Hey, auf dem Niveau, in der Komplexibilität soll das Ganze sein. Und hier war ich sehr, sehr dankbar, dass bei uns in der Reihe auch noch Leute mit einer niedrigeren Graduierung da waren. Denn ich habe das für mich mental gemerkt, wenn man gleich mal mit einer einfachen Technik, zum Beispiel Tsuki-Chudan mit Atmung, also normal, langsam in Zeitlupe, Schlag Richtung Solarplexus, dann ist das ein schöner Einstieg, weil man weiß, okay, die erste Technik, die war nicht schwer, da hat man Erfolgserlebnis, da geht man mental wirklich ganz anders ran. Also da kann man vielleicht sagen, Glück gehabt, fand ich auf jeden Fall schön. Danach ging es relativ schnell zu den Techniken von der Komplexibilität, wie du sie hier siehst. Meine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, naja, ich werde den wahrscheinlich nicht nur einmal zitieren, ich hatte ihn mal im Interview, aber Ralf Raths hatte ich mal gefragt, was er jedem Karate-Kar empfehlen kann und seine Empfehlung war direkt on point. Immer Kihon machen, egal wie langweilig es scheint an manchen Tagen, immer Kihon machen. Da habe ich auch nichts weiter Schlaues dazu zu sagen. Im zweiten Prüfungsbereich ging es an die Kata. Hier bin ich mit den Punkten gar nicht schlecht davon gekommen, wobei ich Kata üben auch immer als eine Schlagzahl, Sache sehe. Das heißt, hier geht es weniger darum, ob man Talent hat. Ich halte Talent sowieso für sehr überbewertet. Talent sind die ersten 5 bis 10 Prozent. Danach sind es Fleiß und Training. Und das ist halt einfach viel wiederholt, viel geschliffen, sich viel korrigieren lassen. Dann ging das. Wo ich die meisten Punkte hatte, was auch meine nicht optimale Kihon-Wertung gut ausgeglichen hatte, und wo es aber gleichzeitig am unkomfortabelsten und am lehrreichsten war, war der Bereich Komitee, der freie Kampf. Dazu muss ich sagen, ich bin in regelmäßigen Abständen in einem Dojo, wo der Schwerpunkt auf Selbstverteidigung und Partnerübungen liegt. Und dort wurde mir genau eine Sache mal gesagt. Und es war, Benjamin, wenn du einen Gegner hast, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Gegner, der kleiner ist als du, aber dennoch eine recht hohe Masse hat, niedrigen Schwerpunkt, und der keine Angst hat, bei dir nah heranzugehen. Denn der nimmt dir den Vorteil von der Reichweite und den kriegst du nicht so leicht. Auf dem Boden. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wie die Statur meines Gegners aussah und wie sein Kampfverhalten war. Und tatsächlich, den guten Mann kannte ich schon, seit wir beide noch Weißgurte waren. Und habe aber längere Zeit kein Sparring gehabt. Und ich habe tatsächlich in Runde 1 den Fehler gemacht, den man nie machen sollte. Ich habe mir gedacht, ja, passt. Ich habe jetzt so meine Techniken, die kann ich zeigen. War in so einem entspannten Modus, bis ich gemerkt habe, nope, das ist nicht entspannt, die Nummer. Erst in Runde 2 konnte ich für mich wirklich das Gefühl erwecken von, hey, ich habe die Situation wieder gut im Griff. Dazu muss man sagen, bei uns in der Stilrichtung wird nicht bewertet, wer gewinnt, sondern es wird viel mehr Technikvielfalt, die Kontrolle und das generelle Energielevel bewertet und nicht, ob man den anderen jetzt zu Boden schickt oder ob man jetzt dominiert hat. Ich bin auf jeden Fall total dankbar, dass ich jetzt im Training wieder ganz viel scheitern darf. Der Anspruch ist schon gestiegen und ich freue mich über die neue Graduierung, weniger aus Statusgründen, sondern einfach, weil es ein schöner Abschluss des Kapitels Orangengurt war und ein schöner Beginn für das Kapitel Grüngurt. Und ein Trainer bei uns, den ich sehr schätze, hatte mal gesagt, zwar bei einer anderen Graduierung, aber ich übertrage es mal, es war mein bester Tag als Orangengurt und mein schlechtester Tag als Grüngurt. Und genau mit diesem Gedankengut möchte ich in die nächste Zeit gehen und freue mich schon auf das, was im Training kommt. Für mich habe ich auch definiert, dass ich YouTube dadurch auch mit ein bisschen ein Level höher für mich noch setzen möchte, dass das quasi immer mit der Graduierung auch mitwächst. Wer schon länger dabei ist, weiß ja, dass ich immer gerne Kommentare lese und auch beantworte. Und eine Frage, die ich heute in die Kommentarspalte stellen würde, ist, was ist eigentlich in der Prüfung der Bereich, wo du sagst, oh, da muss ich immer am meisten dafür trainieren, der so außerhalb der Komfortzone, das ist wirklich so meine Achillesferse. Ich stehe ganz ehrlich dazu am off... Nee. Ich stehe ganz offen dazu, am jetzigen Punkt ist es bei mir definitiv Kihon, was sich immer mit Komitee ausgleichen lässt. Wie schaut's bei dir aus?